Na, meine Lieben, herzlich Willkommen! Kingsby an Bord, der Wolf war Steve, es war nicht. Ich bin einfach am Berg oben runter gesprungen. Hihihi! Entschuldigung, ich muss aber auch nicht sagen. Und, ähm, ich habe mir dazu entschieden, das Spiel erstmal nicht weiterzumachen. Klar, warum gebe ich das schon sofort auf? Uiuiui, ich würde mal beckern. Ähm, ich ziehe aber lieber andere Projekte als dem langen Grinder hervor. Punkt. Da hat ja selbst WoW mehr Erfolg fürs Grinden. Ganz ähnlich. Ja, pass mal auf. Auch wenn ich, da kommen noch viele Bauoptionen zu. Ja, wissen wir. Da kommt noch ein paar, wie ein Garten, du kannst noch in den Couch, Ofen, alles. Du kannst richtig, richtig sick bauen nachher. Schaut euch mal ein paar Videos dazu an, oder selbst im Steam-Shop sieht man ja die Bilder. Aber das heißt ja noch nichts, aber wenn ich bedenke, was ich hier brauche. Planks. Was brauchen wir hier für die Planks? Zweimal Holz. Das heißt, für eine fucking Fortation. Ich weiß nicht, da kann man aber Stairs machen und sowas. Das ist ja schon mal schön. Und zwölf Nägel, die wir per Zufall finden. Okay, aber das finde ich auch cool. Mit einem Klick kannst du aussehen, wie hättest du es gern? Quarter, Half, Curved, Curved Bindung. Ich finde das super. Also an sich echt cool. Weißt du an sich? Aber diese Einstiegshürde ist so verdammt penetrant. Vor allem die Nägel. Ich kann die nicht herstellen. Also wahrscheinlich später. Ja, ja, ja. Weiß ich. Aber... Nee. Da darf man die nicht zu böse sein. Ich möchte jetzt erstmal... Das ist nur so meine Meinung. Man muss sie nicht teilen. Es kann auch sein höher. Gebt nicht gleich auf. Ich warte hier aufs Multiplayer, weil zusammen geht es noch ziemlich schneller. Aber so, das tue ich mal nicht an. Rote Imba. Zack. Hier erstmal reingehauen. Das ist ja schnuckig. Das ist übelst hübsch. Das hat hier ein paar... Ach! Das ist genau nach links abgezogen. Wieso wackelt das so? Hä? Hallo? Stillehalle. Ja klar. Oh, keine Nägel. Und das macht bestimmt nachher übelst Bock. Ich kann es mir super, wirklich super vorstellen. Hätte auch Bock. Wie gesagt. Die zeitlichen Aspekte. Über. Dass ich jetzt 3 Stunden gebrinden muss. Um überhaupt irgendwas zu machen. Und dass da noch andere Jäger kommen. Das ist so mega geil, das Prinzip. Aber senkt die Einstiegshöhe. Senkt... Senkt die... Steigert die Lootgruppenhöhe. Whatever. Aber... Das ist nicht meins. Daher mache ich es auch ein bisschen kürzer. Und... Ich... Huch. Wollte das Spiel jetzt eigentlich nicht ausmachen. Moment. Kleinen Moment. Gleich weiter. Ich starte es nochmal. Ich möchte nochmal was gucken. An den Schwierigkeiten Einstellungen. Was das bewirkt. Klickt es vielleicht daran? Lass mal auf. So. Jetzt sehe ich zwar... Hier ist mein Monitor aus. Das Spiel hat mein Monitor ausgemacht. Das Spiel ist an. Also ich nehme ja auch Feuer für euch. Aber es hat mein Monitor mal eben ausgeschaltet. What the fuck? So. Jetzt gehe ich wieder rein und bleibe da wahrscheinlich hängen. Pass auf. Ne. Jetzt. Oh Gott. Alle Spiele haben ein bisschen Probleme. Oh. Hier sind die Profile. Hardcore. Kann man also nicht. Easy. Let's build here is a very low penalty of deaths. Interested in crafting and building. Nur mal test, ob ich mehr dabei habe. Nur mal test. Und was die crafting Kosten so hergeben. Ich habe sieben Schuss dabei. Ja. Mit sieben wo ich schon gestartet habe. Sieben Schuss. Ja. Ich habe nur geladen schon. Ja. Gut. Juhu. Ups. Leckeres Trinkgeräusch. Ah. Ich hasse es ja jemanden. Ich hasse solche, die ein halbes Klärwerk im Mund haben beim Essen oder Trinken. Also beim Trinken sonst was. Also beim Essen kann ich überhaupt nicht ab. Ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht ab, wenn jemand isst und ein halbes Schweine... Ich weiß nicht. Ich kann es nicht ab. Ich bin wahrscheinlich geprägt durch das mit älter Mauser. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Schon den Bauch gehasst. Wollte ich jetzt genau. Ich wollte die Kosten gucken. Bund Planks. Nee. Er ist exakt so hoch. Guti. Das war's für mich. Ähm. Das Spiel. Ich möchte... Wäre ich jetzt irgendjemand auf hier runter? Oh Scheiße. Scheiße. Da unten zu lang. Scheiße. Nein. Ich für meinen Teil ist aber zu lang. Es hat ein mega super Prinzip. Ist mir super gefallen. Ich werde es nicht zurückgeben. Ich werde es behalten. Warte einfach ein bisschen ab, wie es sich entwickelt. Derweil spiele ich anderes. Der Prinzip ist echt mega. Mit den Jägern, KI. Ja. So ein bisschen Herausforderungswägel. Immer was anderes. Und das ist halt mega hübsch. Auf YouTube kommt es nicht so rüber. Ich weiß. Aber es ist live echt mega hübsch. Die Sichtweite ist krass, dass ich den Wolf da ganz hinten noch irgendwo da sehe. Das ist alles gut so. Aber dass ich keinen Stein habe, ist nicht schlimm. Aber dass ich die ganzen Niedel nicht finden kann und so weiter und nicht herstellen. Und vielleicht nicht am Anfang finden, ja. Aber... Naja, nicht meins. Nö, buddy. Ohja. Wenn es Anschlusslöcher gibt. Nö. Soviel dazu. Entschuldigung, dass ihr eure Zeit gehabt habt. Aber wir sehen uns im nächsten Projekt. Und wir sehen uns. Bis dahin dann. Ciao. Ciao.